Jede Donnerstag geht es auch gleich hier im Programm weiter. Diesmal werden wir Albert Kraus im Visier haben. Hier noch ein paar Bilder von Sampagal und seinen Freunden aus der Kämpferei. Und diese Bilder lasse ich Ihnen unkommentiert stehen und gleich geht es dann hier weiter mit TheBattle und Albert Kraus. Du weißt, was er sagt, Peter Ernst kann ihn testen? Nein. Er sagt Testekle, 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 Testekle. Wenn ich das Tournament gewinne, werde ich das meiner Familie geben. Ja, natürlich. Das ist gut. Ja, ja. Du weißt, dass ich von deiner Familie bin. Ja, natürlich auch. Wir sind zusammen aus Afrika. Ja, du weißt gleich. Mama, Guzina. Afrika. Der Mann ist verrückt. Aber du auch? Ja, ja. Okay, mein Freund. Wir sehen uns später. Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr die Zeit hier in meiner Stadt in Basel gefallen habt. Ich hoffe, dass es gut ist. Wir haben alles. Ja.